Guten Morgen von der BCB 2022. Wir sind Romulus und Tom von der Firma Mampe Spirituosen aus Berlin. Berlins ältester Spirituosenmarke 1831 entstanden, entwickelt vom Apotheker Dr. Karl Mampe. Und wir haben auch dieses Jahr wieder tolle Spirituosen, altbekannt und auch Neuheiten dabei. Altbekannt natürlich der Mampe Halb und Halb, Feinbitterlikör, super lecker, super angenehm, super erfolgreich. An Neuheiten, wir haben einen Gin im Eichenfass gelagert, quasi geaged, also auch ein paar Besonderheiten wieder dabei. Die beliebteste Spirituose gestern war tatsächlich unser Popcorn-Wodka-Likör. Wir laden euch ein, kommt vorbei, auch gerne im nächsten Jahr und probiert. Und wir haben gestern noch einen Cocktail mitgebracht, der hat wirklich großen Anklang gefunden. Und das ist die Mampe Brise, Flieger Cocktail, Pink Grapefruit und ein frisches Minzblättchen. So kann man auch in den Tag starten.